Bitte was? Ich kann dich nicht verstehen. Ach so, du willst ein Glas Wasser. Sag das doch gleich. Hier hast du eins. Und du hast wirklich kein Schimmer, weshalb du hier bist? Bist du dir da ganz sicher? Okay, das reicht. Erstmal mit Schlägen. Du hast wirklich kein Schimmer, weshalb du hier bist? Und was ist dann das? Hier. Du hast mir den allmächtigen, tollen, barmherzigen, netten... Du hast mir nicht auf WhatsApp geantwortet. Und das schon seit zehn Minuten... Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Weißt du was das ist? Zehn Minuten. Und dafür wirst du leiden. Na gut. Ich geb dir zehn Sekunden um zu reden. Red es mal! Red! Red verdammt! Meine Mutter ist gestern gestorben und mein Handy ist kaputt. Deswegen konnte ich antworten, Mann. Hey, mein Sohn. Hier ist Mama. Ich wollte ja nicht nur sagen, dass das Essen jetzt fertig auf dem Tisch liegt. Ich und Papa gehen jetzt ein bisschen spazieren. Deine Mutter ist also tot. Und dein Handy kaputt? Ich hab dich blockiert, Mann. Ich hab dich blockiert auf WhatsApp, auf Facebook, auf YouTube sogar. Ich konnte dich einfach nicht mehr ertragen. Sogar auf Instagram. Ich konnte dich einfach nicht mehr sehen, verdammt. Okay, gut. Dann macht es dir jetzt wahrscheinlich auch nichts aus, wenn ich dich jetzt sofort auf meinem Handy blockiere. Nur zu. Alles klar. Gut, dann lösche ich dich mal aus meiner Freundschaftsliste in Facebook. Alles cool. Mir geht's gut. Alles gut. Dann wird es so Zeit, dass ich dich jetzt auf YouTube deabonniere. Du... Tu's nicht, bitte. Deabonniert. Mir geht's gut. Alles gut. So, du bleibst jetzt hier. Ich geh kurz was holen. Rühr dich nicht vom Fleck, beweg dich nicht und halt deine Schnauze. Okay. Wo ist der? Ich muss ihn finden. Wo ist der? Ich muss ihn einfach finden. Verdammt. Wo bist du, meine? Wo bist du, verdammt? Wo bist du? Hä? Hallo? Lass uns das alles friedlich lösen, okay? Okay, und wie? Wir heben alle unsere Blockierungen einfach auf. Heißt das, du antwortest mir endlich? Ja, so sieht's aus. Ja! Ja! Damit hast du nicht gerechnet, hä? Yo! Da geht's jetzt zu unserem letzten Gib es zu Video. Und dort gelangt ihr zu unserer letzten Parodie zu Crow Traum. Yo, wir hoffen euch hat das neue Format gefallen, beziehungsweise sagt uns mal, wie ihr so sketchy wie diese findet. Äh, uns hat's auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder nächsten Lochisamstag mit einem neuen Video. Wir sind jetzt raus. Ihr wieder aus. Adios, Amigos! Juhu! 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 Juhu!